Hallo liebe Kinder, heute erklären wir euch, warum die Bushaltestellen in die Sannhagen umgebaut werden müssen. Hier seht ihr eine Bushaltestelle in Kirchhorst. Diese Bushaltestelle ist nicht behindertengerecht, weil der Bordstein zu flach ist. Nur wenn der Bordstein hoch genug ist, wie bei dieser Bushaltestelle, kann der Bus eine Rampe ausfahren und Menschen mit Behinderungen können leichter ein- und aussteigen. Leider sind erst wenige Bushaltestellen umgebaut worden. Deshalb wurde jetzt beschlossen, dass alle Bushaltestellen im Raum in Sannhagen umgebaut werden sollen.